Für mehr Videos und Übungen zum Thema, klicke den Beschreibungslink. Guten Tag und herzlich willkommen. In diesem Video geht es um Chrom. Das Video gehört zur Reihe Elemente. An Vorkenntnissen solltest du den Chemieabschluss der 11. Klasse mitbringen. Mein Ziel ist es, dir einen Überblick über das chemische Element Chrom und seine Verbindungen zu vermitteln. Der Film wurde in sieben Abschnitten unterteilt. 1. Geschichte 2. Stellung im Periodensystem der Elemente 3. Eigenschaften 4. Physiologie 5. Herstellung 6. Verwendung 7. Ausblick 1. Geschichte Im Jahre 1761 fand man im Ural ein interessantes Mineral. Der Entdecker dieses Minerals war Johann Gottlieb Lehmann. Das Mineral bezeichnete er als Rotbleierz. 1770, fast an gleicher Stelle, fand Peter Simon Pallas das gleiche Mineral. Er bezeichnete es als Krokuit. Klicke jetzt einfach den Link im Beschreibungstext, schaue das komplette Video und löse die dazugehörigen Übungen. 100'- 280 er cf. 4. Des Himmels